Als Ingenieurbüro sind wir natürlich für mannigfaltige Leistungen zuständig, planen Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektroanlagen, wir planen Siedlungswasserbau, Kulturtechnik, wir planen Hoch- und Tiefbau und damit sind wir natürlich mit sehr vielen technischen Problemlösungen beschäftigt. Als Firma eQuadrat sehen wir uns für unsere Zielgruppen, Gemeinden, Bauträger, Architekten sowie private Investoren verpflichtet. Wir entwickeln Anlagenkonzepte, sichern Qualität im Sinne von Bau- und Projektmanagement, Einhaltung der Kosten und Termingenauigkeit. Im Fokus unserer Leistungen steht nachhaltiges, ressourcenoptimiertes und ökonomisches Handeln. Gemeinsam mit unserem Auftraggeber setzen wir Wünsche bestmöglich um. Ich habe das Unternehmen 1993 als One-Man-Show gegründet. Derzeit sind ca. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen aktiv an verschiedenen Standorten. An unseren Standorten Fonsdorf, Atmund, Zwagrein und Graz ermöglichen wir Kundennähe. Wir beginnen unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen mit dem Gespräch zwischen Bauherr und eQuadrat, um die konkrete Aufgabenstellung festzulegen. Wir konzipieren maßgeschneidert und starten danach mit unseren Ingenieurleistungen. Planen, berechnen, zeichnerisch darstellen, alles aus einer Hand. In der Umsetzung überwachen wir fortwährend die auszuführenden Leistungen. Das Controlling, wo wir für den Kunden wiederum die Qualitätssicherung am Bau in der Umsetzung sicherstellen. Das machen wir mit Messgeräten, mit vielen anderen Unterlagen, nutzen auch unser BIM, unser Building Information Modeling, um auch letztendlich die Schlussrechnung zu überprüfen und die Anlage mit allen Dokumentationen ordnungsgemäß an den Kunden zu übergeben. Wir bieten die Lösung zu Ihrer Aufgabenstellung.